willkommen zurück ich bin gordon und in dieser folge gibt es wieder ein paar infos zum aktuellen stand der entwicklung vom grt für alle die davon bisher noch nichts gehört haben beim projekt gordons reloading tool abgekürzt grt geht es um eine moderne und kostenlose in ballistische simulations software und damit eine alternative zu quick lord wie ihr sicher schon bemerkt habt ist mein update zyklus von neuen videos etwas verlangsamt das liegt einfach daran dass ich die dadurch verbliebene zeit nutze um die entwicklung voranzutreiben software entwicklung ist aufwendig aber wir kommen insgesamt ziemlich gut voran aktuell haben wir den alpha status verlassen und sind bei den ersten beta versionen im normalfall bedeutet das dass wir bereits einen stand erreicht haben bei welchem man eine testversion für die öffentlichkeit zur verfügung stellen könnte rein vom technischen standpunkt also der benutzbarkeit der software ist das tatsächlich der fall ich habe mich aber dazu entschlossen noch bis zur ausreichenden vervollständigung der dokumentation bzw des benutzerhandbuchs sowie der fertigstellung des fehlermeldesystems abzuwarten die aktuellen beta versionen sind deshalb noch nicht öffentlich zugänglich wie der aktuelle stand der software aussieht will ich euch heute in dieser folge zeigen das heißt ich werde in diesem video kurz auf die wichtigsten features eingehen und in einer neuen folge mal eine beispielrechnung von einem gängigen kaliber bis ins detail durchspielen in dieser folge aber erstmal der überblick und die features des programms das grt gibt es für die betriebssysteme linux und windows und ist bisher in den sprachen deutsch und englisch ausgeführt die sprache wird automatisch anhand der sprache einstellungen im betriebssystem verwendet beim grt stehen alle mitgelieferten daten also ob kaliber geschoss oder treibladungspulver lokal zur verfügung das heißt es wird keine internetverbindung benötigt um eine ladung zu erstellen oder zu berechnen aufgrund der fülle der daten die man in dieses programm eingeben kann um auch eine simulation durchzuführen haben wir uns dazu entschlossen auch ein einfaches kompakt layout optional zur verfügung zu stellen das heißt beim start vom grt kann man eine gewünschte ansicht bzw arrangement auswählen dabei steht einmal der kompakt modus und einmal der experten modus zur auswahl das arrangement kann jederzeit auch im programm selbst erneut umgestellt werden der kompakt modus ist für anwender die eine kompaktere darstellung bevorzugen aber auch für neueinsteiger die noch wenig erfahrung im umgang mit in ballistischer simulations software haben die kompakt darstellung blendet hierbei jedoch zwangsläufig viele detaileingaben aus welche tieferes hintergrundwissen voraussetzen der kompakt modus ist daher für neueinsteiger praktikabler damit man nicht leicht durch die fülle der eingabemöglichkeiten erschlagen wird im experten modus werden alle eingabemöglichkeiten in separaten eingabefenstern angezeigt jedes eingabefenster stellt alle detaillierten werteingaben wie zb sämtliche pulverspezifischen werte zur verfügung und oder zeigt diese an zusätzlich ist auch die patronen zeichnung der offiziellen kaliber spezifikation inklusive aller maßangaben in einem eigenen fenster sichtbar dieser modus ist sinnvoll wenn man bereits erfahren ist und gegebenenfalls auch schon andere in ballistische simulations software kennengelernt hat oder gar damit arbeitet wie zb quicklord zum zeigen der grundlegenden features verwende ich hier den experten modus also die voll ansicht im grt kann man wie heutzutage üblich mehrere dateien gleichzeitig einladen die verschiedenen dateien werden dann in einem jeweiligen reiter abgelegt so kann man mal schnell hin und her schalten und ergebnisse oder daten vergleichen bzw übertragen und ja man kann obwohl noch experimentell übrigens bereits auch slack beziehungsweise schrutt patronen berechnen unterhalb der reiter befindet sich eine info zeile der sogenannte inspector in der info leiste werden kurzen weise und infos angezeigt das heißt es werden nicht nur mögliche technische hinweise gegeben sondern auch kurze info texte zu den eingabefeldern wenn man mit der maus über ein eingabefeld schwebt wird ein kurzer informationstext dazu angezeigt das ist dann aber wirklich nur eine kurz info die ausführliche beschreibung findet man in der dokumentation die eingabefelder in welchen man werte eingeben oder ändern kann sind mit einem kleinen stift symbol markiert klickt man in einen eingabefeld kann man den entsprechenden wert bearbeiten sollte man sich mal geirrt haben kann man die eingabe auch mit der escape taste abbrechen der wert wird dann nicht übernommen sobald man einen wert geändert hat wird automatisch eine neue simulationsrechnung durchgeführt und im ausgabefenster angezeigt das gt hat zwar einen entsprechenden knopf oben in der symbolleiste aber das ist hier nicht wie in ql wo man ständig den neu berechnen button drücken muss die berechnung erfolgt beim gt automatisch bei änderungen rechts am rand einer zeile befindet sich ein kleines lineal symbol wo immer ihr das lineal symbol sieht kann durch einen klick darauf die angezeigte maßanheit umgeschaltet werden die vorgenommenen einstellungen werden natürlich gespeichert und bleiben erhalten die patronen zeichnung zeigt die originalspezifikation inklusive aller original maße in verkleinerte ansicht die zeichnung wird in echtzeit anhand der daten aus der datenbank erstellt in der ecke rechts oben findet man zwei symbole das obere öffnet die großansicht der zeichnung in einem eigenen fenster das untere also das pdf symbol öffnet wie oben das große symbol in der symbolleiste das von der standardisierungsorganisation zb cip bereitgestellte pdf dokument beachten muss man dass die pdf dokumente nicht vom gt mitgeliefert werden einfach aus urheberrechtlichen gründen die öffentlich bereitgestellten dokumente werden beim ersten mal von der webseite der organisation heruntergeladen das dokument wird dann lokal zwischengespeichert und ist dann beim nächsten aufruf auch ohne internetverbindung verfügbar zur auswahl von kaliber geschoss und treibladungspulver hat man in jedem der eingabefenster einen entsprechenden knopf der dann das jeweilige fenster zur auswahl bzw suche öffnet die suche bietet immer eine volltext suche das heißt egal was ihr da eingebt wird in der datenbank alles durchsucht und entsprechende sinnvolle zusammenhänge angezeigt suche ich also zum beispiel ein geschoss kann ich oben einfach zum beispiel den geschossdurchmesser eingeben suche ich dann noch nach einem bestimmten gewicht tippt man das einfach dazu und den hersteller wenn man möchte und so weiter man kann in der datenbank alles bearbeiten also zum beispiel neue geschosse anlegen oder vorhandene modifizieren was natürlich auch geht ist ein eigenes kaliber zu erstellen zum beispiel auf basis eines vorhandenen kalibers wenn man dann die werte entsprechend ändert wird auch in echtzeit die zeichnung automatisch angepasst was und wie man hier welche eingaben macht bedarf dann aber schon einer detaillierten auseinandersetzung mit dieser materie die werte selbst und deren bezeichnungen sind jedenfalls die standard bezeichnung der cip spezifikationen im ergebnisfenster werden die berechnungsergebnisse angezeigt hat man beispielsweise in der eingabe vom pulver eine ladeleiter abstufung ausgewählt werden hier alle ladungen automatisch parallel in eigenen kurven angezeigt oben über dem diagramm erscheint dann auch eine auswahlleiste mit den einzelnen abstufungen diese kann man dann entsprechend durchklicken oftmals will man seine ladung nicht nur digital speichern sondern einfach auch ausgedruckt dokumentieren oder an jemanden anderes versenden hierzu gibt es die report funktion welche oben auch über ein eigenes symbol aufgerufen werden kann der report wird ad hoc aus den aktuellen laborierungsdaten generiert also aus eurer aktuellen ladung sozusagen das tolle an der ganzen sache ist dass hier als darunter liegende schicht ein doku system eingebaut wurde was eine persönliche anpassung der angezeigten seiten erlaubt das heißt man klickt auf bearbeiten und kann die seite in echtzeit an seine bedürfnisse anpassen zum auslesen der werte aus seiner aktuellen laborierung und zum anzeigen im report sind hier platzhalter sogenannte pragmas implementiert hier muss man sich dann aber ein wenig mit den möglichkeiten beschäftigen dazu gibt es auf der report seite einen link zur hilfe wie man solche reports erstellt in der hilfe wird dann detailliert beschrieben wie das ganze funktioniert klickt man auf das drucker symbol gibt es eine druckvorschau wenn ihr den report an jemanden schicken wollt könnt ihr ihn auch in eine pdf datei drucken und verschicken dazu muss man natürlich einen solchen pdf ausgabe drucker im system installiert haben weitere ausgabe möglichkeiten gibt es im hauptmenü man kann hier die berechnungswerte detailliert als xml datei ausgeben und sind damit dann zukünftig durch zum beispiel andere programme auswertbar diese xml dateien enthalten dann wohlgemerkt hoch aufgelöst die berechnungsschritte der simulation exportieren lassen sich auch die grafiken der ausgabe in gewünschter größe und farbstil einmal wie gesagt über das hauptmenü und aber auch direkt aus dem ergebnisfenster per rechtsklick aus dem kontextmenü ja was gibt es noch zu zeigen eigentlich bin ich mit den wichtigsten punkten soweit durch dass so kleine werkzeuge wie ein umrechner der maßanheiten vorhanden ist oder die möglichkeit diese ganzen ein beziehungsweise ausgabe fenster umzusortieren dürfte selbstverständlich sein auch das benutzerhandbuch an dem wir gerade arbeiten wo übrigens auch dieses genannte dokusystem als basis dient ist über das hilfemenü erreichbar als pdf dokument ist das benutzerhandbuch natürlich ebenfalls vorhanden in einer der nächsten folgen werde ich dann wie angekündigt mal eine ladung mit dem grt schritt für schritt durchführen und nebenbei erklären ein richtiges anwendungsbeispiel ist vielleicht ganz interessant so das war's mit dieser folge ich hoffe euch hat das video gefallen ich bedanke mich fürs zuschauen bis dahin bis jetzt nicht bin da da du Musik Musik